Wir sind ein sehr familienfreundlicher Zoo. Wir haben sehr niedrige Eintrittspreise. Ganz aktuell gibt es bei uns auch einiges zu sehen. Wir haben die Cutteranlage eröffnet, da haben wir schon Jungtiere und ganz frisch seit letzter Woche sind die Erdmännchen zu beobachten. Da haben wir gleich fünf Jungtiere und da ist eigentlich immer etwas los. Also für die Besucher ist das sicher ganz lustig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.